specs labor das könnten wir machen das befindet sich am sandbucht strand das ist hier und der eingang ist hier oben gucken wir doch mal okay ja eins der labore ist noch hier genau da gehen wir jetzt auch hin wo war das jetzt da oben hier muss ich hier rein ja sieht so aus als muss ich hier rein gucken wir doch mal ja jawoll oha oha okay das ist interessant geht wahrscheinlich auf zeit ne die sind wahrscheinlich nicht die ganze zeit da ha ha wow wow etwas angst nur zu langsam neu starten ja 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 im Reden, der bringt dich zum letzten Checkpoint. Ah, okay, oh man. Okay. Ah, okay, diese Steuerpulte sind also immer ein Checkpoint, okay. Danke dir. Wow, daneben gesprungen. Scheiße, ich wollte eigentlich zu dem anderen springen. Ja, und jetzt? Da, ist er. Nochmal. Meine Rüstung ist schon kaputt. Oh, fuck. Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein hier. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Alter. Hä? Wo geht's jetzt lang? Oh. Oh, die werden irgendwie immer kürzer. Was ist das? Was soll das denn sein? Das war... Da kannst du doch gar nicht drauf springen. Was soll das denn? Musst du so schnell hüpfen? Ich weiß es nicht. Ich hab das Gefühl gehabt, vorhin die Dinger sind weggegangen. Weißt du? Wie soll man das machen? Kannst du doch nicht auf das Ding springen. Das verstehe ich nicht. Wie soll ich denn... Ah, okay. Vielleicht hier lang? Und jetzt? Ah. Das... Oh, aua. Aua. Mann. Später. Oh, fuck. Ah, really? Ich raste gleich aus. Oh, mein Gott. So, jetzt gucken wir uns das mal hier genauer an. Ich kann da nicht drauf. Definitiv nicht. Ich würde ja auf das da hinten springen, aber das schien auch zu weit weg zu sein. Über den Rand und vor allem beeilen. Okay. Ich glaube, ich war schon zu langsam. Nein. Nein. Och, ich fall immer an der gleichen Stelle runter. Das kann doch nicht sein. Seba, also ich muss mich anscheinend doch beeilen. So, hier ganz in Ruhe lang. Och. Okay. Dankeschön. Ach, herrlich. So. Och. Ich komme aus dem Urlaub in den Labor zurück und was erwartet mich? Abenteurer. Ja. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. 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 Das wusste ich nicht. Ich dachte, der ist voll lieb. Und sagt jetzt hier von wegen, ah jo gut glückwunsch ah so noch der eine no no ich schieße mich jetzt nicht wieder ab oh mein gott die dinger machen echt ordentlich schaden hier hey man 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 also da davon muss ich jetzt definitiv ein screenshot machen das ist einfach so dass da kommen wir jetzt nicht drum ja 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 wie ging noch mal das screenshot g2 war screenshots machen wie ging das mit der drucktaste okay also ganz easy ganz easy einfach so einfach so hat er eins gemacht ja da glaube ich du hast eins ins discord geschickt danke dir danke danke schön danke schön danke schön ja sehr cool auf jeden fall dass das war das war sehr interessant würde ich mal behaupten was ist hier das sieht halt so geil aus irgendwie gibt es hier vor allem mal gibt es hier noch eins also noch ein jumping puzzle oder waren das die einzigen und überhaupt da und 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 und